Das Deutschlandnetz für Elektroautos startet. Was sollen wir sagen? Wir schreiben das Jahr 2023 und es ist wahrlich etwas komisch, diesen Satz erst jetzt vorzulesen. Aus dem Land der Dichter und Denker wurde das Land der Ausschreibung und Verwaltungsakte. Nun soll aber ein weiterer Akt abgeschlossen werden und das finden wir gut. Denn wir laden mit Maingau Autostrom. Weitere Informationen zu unserem Ladepartner findet ihr unter diesem Video in der Infobox verlinkt. Und ihr seid hier richtig, auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal, zum gleichnamigen Magazin. Und das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat nun die erste Ausschreibung für das Deutschlandnetz erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt 10 verschiedene Unternehmen werden rund 900 Standorte mit fast 8.000 neuen Ultraschnellladepunkten für Elektroautos errichten und betreiben. Darunter sind Anbieter wie Allego, BayWa, Eon, Iwini, Fastnet, EWE, Mer, die Pfalzwerke, Total und Via. Da fehlen ein paar Global Player, aber die machen ihre Hausaufgaben ja auch so schon ganz gut. Mit dem Deutschlandnetz möchte das BMDV für ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes und nutzungsfreundliches Schnellladenetz in ganz Deutschland sorgen und noch verbliebene weiße Flecken auf der Ladelandkarte schließen. Die Ausschreibung der Regionallose des Deutschlandnetzes, die jetzt vor dem Abschluss steht, enthält 900 Standorte mit fast 8.000 Schnellladepunkten im gesamten Bundesgebiet. Sie decken den ländlichen Raum ebenso ab wie urbane und suburbane Bereiche und selbst in Rügen, genauer gesagt in Bergen, wird es demnächst schnell Ladepunkte geben. Die Nutzung von Elektroautos auf der Mittel- und Langstrecke soll dadurch noch attraktiver werden. Auf deutschlandnetz.de ist eine interaktive Karte vorhanden. Dort könnt ihr a sehen, wo Ladesäulen errichtet werden sollen und auch b, wer sie betreiben wird. Damit die Ladeinfrastruktur auch tatsächlich im gesamten Bundesgebiet entsteht, hat das BMDV für das Deutschlandnetz 900 Suchräume definiert, in denen die einzelnen Ladestandorte errichtet werden. So wird es die Ladestandorte überall dort geben, wo die Ladeinfrastruktur auch tatsächlich benötigt wird. Diese Suchräume sind von der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur ermittelt worden und berücksichtigen sowohl die bestehende Schnellladeinfrastruktur als auch die zunehmende Anzahl an Elektroautos in den kommenden Jahren. Die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur unterstützt im Auftrag des BMDV unter dem Dach der bundeseigenen Nau GmbH. Und so langsam verstehen wir das auch alles nicht mehr. Seit 2020 den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland. Hört, hört. Um ein flächendeckendes und bedarfsgerechtes Schnellladenetz überall in Deutschland mit dem nötigen Tempo aufzubauen, reichen die marktgetriebenen Aktivitäten der Ladeinfrastrukturbetreiber alleine nichts aus, vermeldet das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Mit dem Deutschlandnetz möchte man sicherstellen, dass Ladeinfrastruktur auch dort aufgebaut wird, wo Ladesäulen sonst aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit zu spät entschehen würden. Aber wenn eine Ladesäule nicht wirtschaftlich ist, warum wird sie dann genau dort benötigt? Nun eventuell, weil sie existieren wird. Denn die Standorte des Deutschlandnetz sollen attraktiv gestaltet werden. Alle Standorte sollen festgelegte Standards im Hinblick auf Nutzerfreundlichkeit und Kundenkomfort erfüllen und nun wird es gerade im Hinblick auf den einen oder anderen Anbieter unterhaltsam. Die ausgewählten Betreiber müssen eine hohe Verfügbarkeit der Ladeeinrichtung gewährleisten. Ebenfalls wird von einer Ladeleistung von mindestens 200 Kilowatt pro Fahrzeug auch bei einer hohen Auslastung der Standorte gesprochen. Doch wie hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr die Betreiber ausgewählt? Laut eigener Aussage nicht allein nach dem günstigsten Angebotpreis. Bei der Angebotsbewertung sollen noch weitere Punkte eine Rolle gespielt haben. Wie schnell können die Betreiber die Standorte errichten? Verfügen die Anbieter bzw. Betreiber bereits über geeignete Flächen? Wie sieht es mit der Nutzerfreundlichkeit aus? Und wie sollen die neuen Standorte gestaltet sein? Kein Witz, auch das Design hat eine Rolle gespielt. Mit der Erteilung der Zuschläge ist der eine Teil des Ausschreibungsprozesses für das Deutschlandnetz abgeschlossen. In der finalen Phase befindet sich die Ausschreibung der Autobahn GmbH des Bundes für Schnellladestandorte an 200 unbewirtschafteten Autobahnrastanlagen. Das Deutschlandnetz enthält damit in den beiden Ausschreibungen insgesamt mehr als 1000 Standorte und stellt so sicher, dass der nächste Schnellladepunkt überall in Deutschland in wenigen Minuten zu erreichen ist. Das Budget? 1,8 Milliarden Euro. Bis Ende 2026 sollen die Ladesäulen stehen und funktionieren. Ob das klappt? Wir werden es beobachten. Auf was achtet ihr bei öffentlichen Ladesäulen und wo ladet ihr am liebsten? Schreibt es uns doch mal gerne in die Kommentare und hinterlasst auch gerne ein Like und ein Abo. Liebe Grüße aus der Elektrik 3-Redaktion. Euer Jens. Ciao. Wie geht es? igu